Hallo, ich bin Torben von Kruisdeck.de. Herzlich willkommen an Bord der Amera, dem neuesten Flottenzugang von Phoenix Reisen. Wir nehmen euch heute mit auf einen Bordrundgang über dieses schöne Schiff. Die Amera wurde 1988 bei Vertiler in Toku gebaut. Auftraggeber war seiner Zeit die Royal Viking Line. Und der erste Name des Schiffs war Royal Viking Sun. Später fuhr das Schiff dann noch unter dem Namen Seaborn Sun für Seaborn Cruise Line. Und ab 2002 bis 2019 war dieses schöne Kreuzfahrtschiff unterwegs für Holland America Line unter dem Namen Fünsendamm. Sie hatte auch den Spitznamen Elegant Explorer. Und nun viel Spaß bei unserem Bordrundgang. Spitznamen Elegant Conference. Bis zum nächsten Mal. Dinosaurat Max. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schaut euch diese schöne Promenadendeck an! Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, wir sind hier im Lido, dem Buffet-Restaurant an Bord der Amera. Untertitelung des ZDF, 2020 Und gleich ans Lido schließt sich der Wintergarten an! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein sehr gemütlicher Bereich an Bord ist der Pianosalon. Ein sehr gemütlicher Bereich an Bord. Hier befinden wir uns in der Bibliothek. Dies ist die Atlantic Show Lounge. Ein sehr gemütlicher Bereich an Bord. 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 Ja, und sogar ein Kino gibt es an Bord. Ein sehr gemütlicher Bereich 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 an Bord.